Oh, das... Oh, das beginnt ja richtig gut, ey. Wow, 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 das beginnt richtig behindert! Alter, ist das ne gute Position? Nee, gut wie ein Ab. Geht doch nicht. Alter. Also, Panzerrufen. Wow! Da oben sind Leute gewesen am Hang. Hier oben. Ey, yo! Seht ihr das? Trifft auch nix. Einer ist hier unten irgendwo. Mit der Panzer oder so? Oh, 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 Alter. Der Dude ist verreckt. Kein Mittel für schlechte Leute. Was dachte der sich? Er guckt nen Panzer an und macht nix? Jetzt nicht los. Na ja doch. Na ja doch nicht. Da komm ich nicht. Schick mal nicht hoch. Schick mal nicht hoch. Die Leute, die sind echt steppert. Deren stelle ich mich noch gefragt, warum sterben da alle? Nee, nee. Ich muss mir immer noch den ersten Teil angucken. Also, das Film-Ding. Der Ärzte? Ja, er muss mir noch angucken. Das ist ein krassiger Mann. Also nein, ich mein jetzt der neu aufgelegte. Ach so. Den alten auf der KZ, den kenn ich so. Wir waren einfach zwei Leute. Ja, ich hab die einfach nur gehört. Wir haben da ein bisschen rumgeschmuchtelt. Da ist ein Sniper der hier in die Gegend leuchtet. Oh, das ist ein Panzer. Leute, wie konnte ich den denn übersehen? Nee, warte mal. Wir machen mehr Schaden. Er macht mehr Schaden? Wir machen mehr Schaden. Nee, nee. Sicher? Nee, eigentlich nicht. Ach man! Gleichzeitig. Nee, weil er hat ja auf meine Front geschossen. Und die Front ist am besten geschützt. Während seine Fick-Ketten es eigentlich nicht sind. Aber seine Ketten sind einfach aus Krupp-Stahl oder so. Geht da aus noch die Scheiße ab? Ja, wirst du. Das vollstück hab ich. Ey, da wird durch mein Fenster gucken. Das war noch zwei. Nee, du ne. Ah, das wirst du auch noch nicht. Oh, fuck. Wann wollt ihr eigentlich mein Fenster gucken? Nein. Der hat Bock. Nein. Oh nein. Ich bin auch behindert, ey. Da lag eine Panzerabwehr-Grenate vor mir. Ich schieße auf den Gegner. Ich schieße auf die Panzerabwehr-Grenate und verreck. Ach, hier ist der Typ. Ach so, die ist Teilz-Auf-Orden mit drin? Ja. Auf welchen Level denn? Hä? Die sind ja nicht auf. Nur im Battlefield. Ah ja, schluck, wo ihr dauer einstehen. Oh nein. 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 Ich verstehe, da spiele ich. Oh nein. Oh nein Warte mal, ich hab mit meiner Panzerfaust auf dem Flugzeug gerade 55 Schaden gemacht? Was ist das für ein Feature? Hey, da war noch mein Flieger, Alter, habt ihr es gesehen? Ihr habt alle gesehen, Alter Ich hatte... Was ist das für ein Geschiss? Das Game ist aber 8-Level, ey So muss das Leute, schlägt aus Roadkill, nup nup Ja, ich hab leider auch kein Wissen, wie es davor war Oh, das gibt Multikill Viel zu kurz Zack Wohohohoh Bitter Äh... Zwei Sekunden 12 soweit landbüro geht es nicht mehr das war ziemlich dumm höfung bekommt das böse geschützt ist da wieder da aber es ist schon auch schon wieder weg das geschützt steht wieder das geschützt ist aber auch schon wieder da und habe ich gehört